Weg damit Alter, mein Morgenstern, ey Leck, ich hab' Arsch Oh, siehst du nicht alles auf dem Gerät Ihr schnappet mir mal kurz ins Aschenrechner Wieso? Ja, ich bin schon da Ich mach' jetzt mit meinem Morgenstern 500 Schaden Normalen Schaden, ohne meinen Bonus Schaden Da kommen noch 30% zu Also, meine stärkste Waffe ist bis jetzt Mit 24 bis 55 Cent 179 Und der hier macht 160 159 Warte, ich bin auch noch verkaufen Also meine stärkste Waffe ist hier immer noch Die Sichel Die ich bekommen hab Tun mal hier rein, stärkste Waffe Dann an der nächsten Die Cripple Cane Knife Oder warte, die könnte stärker sein Die hat nur 79 Die hat... Oh, die stärker Hier hin Dann kommt die hier Dann kommt... Der hier Ja, der ist auch nur Level 7, der ist Level 11 Warte mal... Ich verticke noch schnell meinen genagelten Baseball Schläger Weil ich hab'n neuen, der ist Level 11 Und den mach' ich jetzt zum genagelten Hopp Create Nail Mode In den da rein Genau So, und jetzt noch erstmal repairen Den Nail Bed Und jetzt noch upgraden Hier Wie viel Geld hab' ich noch? Wie viel Geld hab' ich noch? 3100... Ja grad hab' ich noch 3300 Ja grad hab' ich noch 3300 War schon teuer So, warte Ja Ich hab' jetzt glaub' 9100... Ah, ich kann mich noch upgraden Upgraden So, meine stärkste Waffe ist jetzt... Meine stärkste Waffe ist jetzt... Der... Genagelte Baseball Schläger Danach kommt das Ding Dann... Kommt... Der hier Und dann kommt der hier Oh ja, gar hier bist mein... Mein geilen Morgenstern voll aufgerüstet Das ist Buy Pack Okay Was gibt's denn hier noch Geiles zum kaufen? Oh, da gibt's jetzt 2000 Dollar Eine Waffe, die macht schon allein 228 Schaden Aber ich... Ich spare jetzt mein Geld erstmal Ich hab' nur 2000 Dollar War... Sie muss eigentlich, dass mein Morgenstern voll ausgerüstet ist Der ist hammerfett So oder so Okay, schwingen wir nochmal den Taschenrenner Eins... 312... Plus 200... 4... Ich mach' jetzt mit dem Ding 760 Schaden Ich mach' jetzt mit dem Ding 760 Schaden Ja... Okay, da kann ich nicht mithalten Ich mach' grad mal... Höchstens 200 Und in meinem normalen äh... Bonus-Staden jetzt... Komm, vor du wieder im roten... Ich im... Du im roten... Ich im... Aber ich hab' jetzt auch ähm... 6 Slots frei Das heißt, wenn ich neue Waffen finde, dann nehm' ich die gleich mit Hallo? Jo... Du musst... D drücken, um rechts rüber zu rutschen Jo... Deine Tür ist offen seitlich Ist mir egal Oh, lag Ja, ich seh's Ich hab' wieder'n lag Jetzt ist's da Auto vor? Jo... In der Stadt wird's schlimm, sag' ich dir jetzt schon Das wird's geil, dann kann man schmetzeln Need for Speed Ich komm' mal nicht ran Ich bin genau hinter dir Jetzt kommt der Bus Hast du mich zur Seite geschoben? Nein Ich bin gar nicht bei dir Leute, wir müssen ja links Ja, wir müssen die Benzinkanister holen Komm Alter Fahr zu! Was ist wieder so ein großer Mongor? Gehst du weg? Alter Ich fahr' die großen Mongor zusammen Gegen die Wand, ja Ja So Fahr' mal gerade hinter Da sind zwei Mongors hinter dir Zack Ja Ist die auch down, die Bitch? Nja, 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 nja Zack Warte, bis er wieder rauskommt Warte, bis er wieder rauskommt Warte, bis er wieder rauskommt Ist das geil Da ist'n Dicke irgendwo Jaja, dem war ich grad schon fertig Warte, bis er wieder rauskommt Gegen die Wand Zack Weg ist er Alter, wie viel hält'n der war das? Da haben wir's richtig drauf Catchen gegen die Wand Eieiei Ich nehm' mal Wandlaufen, war bis davor So Alter So, wenn ihr wieder rauskommt So, wenn ihr wieder rauskommt So, ich bin jetzt nicht wieder weg Ich hab' hier gut geparkt So, draußen So Lol Bleib da, du Mongo Alter Wie ich beinahe Zampf fährst Weg Jawoll Kapitsch Ich hab' hinter auf dein Auto grad eine Eine Fuel Tank Da ist noch einer Wo? Da waren zwei vollgefüllte Wo ist jetzt der Dicke Mongo? Legg mir mal Schlaf und wechseln uns Nail Plank Steht kein Level dabei Macht aber bloß 29 Schaden Das heißt, dass es kacki ist Ein Shit Ring Ah, ja Hm Schau mal hier rein Da ist noch was Ah, ne Kasse Da ist noch was 665 Dollar in der Kasse Die hast du eingenommen, oder? Ja Kannste, du Da ist ne Personal-ID Ich hab' mir die vorhin nicht gefunden Äh, wir müssen den Juice Pack mitnehmen Genau Stell die Kanister von dem Truck runter Wir müssen die mitnehmen Drei Stück, oder wieviel waren's? Na vorne ist noch so ne Hand Na vorne sind vor allem wieder Summies gespawnt Achja Ich mach's, Jungs Hallo, auf mich gehen So, warte, Quest Two Packs of Juice Okay, haben wir noch Platz hinten aufm Auto Ich hol noch einen Wo ist denn der? Hier ist noch was War da nicht noch einer dran? Hier ist kein Juice mehr drin Nehmen wir's noch weitergehen, ne? Also weiterfahren Jo So, ich steig ein Darf ich wieder fahren? Ja Ja Aber bitte nicht glitschen So, sie wissen, wie zu fahren ist Anschnallen Jo Oh Erster Gang Und jetzt nicht absaufen lassen Hier ist bei nur, äh, 50 kmh Das wissen sie schon Ja, ja Oh, da stehen einfach Basanten Oh, die, äh, das, das, äh, könnte in ihren Führerschein, ähm Ich könnte jetzt den Führerschein, äh, nicht geben, wenn ich nicht will Aber ich bin heute gut drauf Wenn sie noch zwei erwischen, dann könnten sie ihn doch noch behalten Wenn sie meine Ehefrau treffen Links rum, sie hätten erst links blinken müssen Also das, das kommt jetzt, ähm, ne Rechts ist ein Tussi Rechts ist ein Tussi Schauen die was? Fahr links weiter Wir nehmen keine Obdach-, Obdachlosen auf, wir sind ja gerade in der Fahrschule, also Du fährst jetzt hier gerade aus Ähm, nach 480 Metern sollten wir das Ziel erreicht haben Ich weiß nicht, wo wir abbiegen müssen Ich sag dann Bescheid Jo Ich sag dann Bescheid Warte Sie haben noch Willst-, wollen sie die am Zaun da auch noch mitnehmen? Ja klar Die hat uns gesehen, erst die da Die ist aber nett Warte, warte Oh, erstmal Raucherhusten raus Was machst denn du? Tust'n da zusammenfahren Leben immer noch Du hast jetzt eine gekillt Ja, ja Den, äh, den Obdachlosen da links nehmen wir jetzt nicht auf Da vorne stehen wir hier Willst du schnell reingehen? Was? Nein, wir müssen die, wir können das auch sagen Nein! Wie fallen die denn aus? Bevor sie einsamen fahren, müssen sie unbedingt hüben Das geht aber leider nicht viel Im Spiel Ah, Polizei Ein Freund und Helfer Spitzbahn fahren Ja So, hier jetzt dann links Oh, jetzt sind sie weiter gefahren Das geht aber gar nicht Ja Ja So wendet man Also ich glaub wir müssen jetzt dann die Fahr- äh, die Stunde abbrechen Ich weiß auch nicht Das, das geht gar nicht wie sie hier fahren Ich glaub sie brauchen noch mal ein bisschen Praxiserfahrung Ach, hier haben wir schon So Hab ich doch schon mal gesagt Ja, ja, ja Ähm Wie wär's wenn sie jetzt so einfach Vollgas nach vorne fahren Jo, an jedem Mongo vorbei Nochmal zurück, bitte Bitte Schulterblick nicht vergessen Sie haben den Schulterblick nicht gemacht Das wird ihnen als Punkt angerechnet Oh, ich bin ein Level aufgestiegen Der Fahrlehrer ist ein Level aufgestiegen Das ist auch mal was Ich hab neue Erfahrungen dazu Okay, kann man durchfahren Zack, zack Ich will den Mongo da hinten und töten Der lebt noch Steig mal aus, komm Nein Sieh du Wie geschockt wird Komm, fahr einfach Vollgas Das Einparken müssen wir noch üben Und das Wenden in drei Zügen ist auch noch ein bisschen happrig Soll ich dich schon gegen die Wand quetschen? Ja, ja, ja Ich steig jetzt hier nicht aus Na, du? Lass halt hier reinlaufen Komm, fahr raus Komm und holt uns, Mädels Ich steig jetzt aus So Aufgrund einiger mangelhafter Sachen, die sie jetzt gemacht haben Kann ich ihnen den Schulterstein leider noch nicht geben Ich glaub, sie brauchen auch noch Den Idiotentest Ja, kann ich voll und ganz verstehen Sie haben mindestens elf Menschen zusammengefahren Sie haben den Schulterblick vergessen Außerdem eine rote Ampel haben sie auch noch gefahren Die Mangie fissed, schau mal Die Mangie fissed Oh yeah Also es tut mir leid und jetzt bitte hauen sie mich nicht Na, wir können jetzt keine XP dafür Na und Wir haben was wir brauchen Nichts Mungo 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 Haha Oh, wie schnell die weg sind Warte, ich muss ja kurz das upgraden Increased damage Increased critical hit chance Aber die zwei Mongos sind immer noch da Increased throwing range Warte mal, hast du irgendwas fest, leh? Uh Garne, fest, leh? Die zwei Mongos kill ich jetzt Sooo Sooo Ach, ich hab hier was Zack und weg Zwei Dicke Zwei Dicke Zwei Dicke? Hast du hinten noch was drauf? Mh, ja, ein Schuss Ich fahr zu dem mal vor Jo, hol mich ab Bitch Hier kannst du Sachen reparieren Ey Das ist der zu hellende Auto Pimp, mein Wohnmobil Ich schau noch mal hier in den Laden rein Hier übers Rote, weißt du noch? Ja Kommst du mit, oder? Äh Nee Der lebt ja noch Gibt's hier drück noch was? Nee Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da LOL Energydrinks Das ist noch zu Da liegt ein Molotow Immer nice Das würde ich jetzt aber nicht ausrüsten So Hm, was ist wenn ich den Gas-Tank der hier oben liegt Hier in Gepitzel reinschmeiß Ah, explodiert Gut zu wissen Ich hab ne Skillpoint Kommst du hier nicht rein Ich bin hier grad richtig geil am Looten Geh her zu schauen Level 10er Waffe Ja, kann man gut verticken Ich hab ein Truthpack Oder hast du schon eins hinten drauf?